Moin und Willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown! Guck mal bin ich wieder im zufälligen Trio unterwegs und wir suchen nach dem Batscher. Das kann ja nur eine beschissene Runde werden. Das war jetzt alles ein bisschen laut. Das war's für mich. ich bin hier rein theoretisch auch ein etwas leiser ich Was ist das? Was hat eigentlich die Runde wieder aktiviert? Dann gäbe es gerade theoretisch auch eine Bounty. Was ist das? 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 Was ist das?